Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu TypeScript und zwar wollen wir uns heute mit Modulen beschäftigen. Module sind sehr sinnvoll, wenn wir irgendwie zum Beispiel mehrere Klassen irgendwo anders verwenden wollen. Sagen wir mal, wir haben einen Hund und wir wollen jetzt, keine Ahnung, eine Hundeschule basteln und da braucht man natürlich irgendwie einen Hund dazu. Das heißt, wir wollen diese Klasse Hund woanders benutzen. Aber damit das Ganze ordentlich bleibt und schön sauber auch bleibt, ordnet man das Ganze in Module. Das heißt, da können auch mehrere Leute dran arbeiten und speziell fürs Community Projekt ist das natürlich jetzt sehr wichtig. Das heißt, man schreibt nicht einfach alles in eine Datei, die dann alle auf einmal editieren. Nein, man möchte das Ganze natürlich in mehrere Dateien ordnen. Das heißt, jeder kann so an seiner Datei oder an seinem Modul weiterarbeiten und andere können einfach dieses Modul benutzen. Und da ist es dann natürlich super sinnvoll, wenn man eine Regel hat, was alles für andere zur Verfügung steht und was vielleicht auch nicht. Und dazu gibt es in TypeScript extra Schlüsselworte. Das heißt, ich kann nicht einfach hier den Hund so importieren. Ich habe das Ganze jetzt übrigens einfach mal aufgeteilt und ein paar schwerere Sachen rausgelassen. Also diese ganzen Dinger hier, Container und so weiter brauchen wir alles nicht. Ich habe hier einfach mal den Hund benutzt und ich habe hier einen neuen Rex erstellt. Quasi so, wie wir es schon hatten. Ich habe es wirklich gekopy-pasted und eigentlich nichts dran geändert. So, aber ihr seht jetzt hier, ich habe auf jeden Fall einen Fehler hier. Das geht so natürlich nicht, weil Main.TypeScript kennt natürlich Hund.TypeScript erstmal gar nicht. Und deswegen muss ich hier irgendwie meinen Hund importieren. Und importieren funktioniert einfach mit dem Befehl Import. So, und jetzt müsst ihr aufpassen, wie ihr das Ganze importiert. Wenn ihr nämlich hier einfach Hund reinschreibt, dann wird das Ganze nicht erkannt. Und ihr müsst erstmal reinschreiben, in geschweifte Klammern, welches Modul, wie das Ganze Ding heißt. Das heißt, mit welchem Namen es hier exportiert wurde. Das müsst ihr hier reinschreiben, wie ihr es im Endeffekt wieder importieren wollt. So, und jetzt müsst ihr aber noch reinschreiben, von welcher Datei. Also, ja, von wo ihr es im Endeffekt importieren wollt. Und das macht ihr mit einem From. Und dann gebt ihr hier den Pfad dieser Datei. Und Achtung, hinten muss auch ein Semikolon rein. Und da ist natürlich unser Pfad, weil wir es einfach im selben Ordner drin haben, ist bei uns jetzt einfach Punkt Slash. Und dann ist natürlich hier schon der Hund vorhanden. Achtung, nicht Hund.ts, sondern einfach nur Hund wird importiert. So, und das ist eigentlich auch schon alles. Jetzt haben wir hier allerdings einen Fehler. Und zwar, is not a module. Warum ist unser Hund jetzt kein Modul? Naja, wir haben nichts exportiert. Wie gesagt, TypeScript macht das Ganze nicht automatisch für euch. Sondern TypeScript möchte, dass ihr euch selber drum kümmert, was ihr anderen zur Verfügung stellen wollt. Zum Beispiel kann es natürlich jetzt hier sinnvoll sein, für den Hund noch eine Klasse, ein Enum Rasse oder sowas zu haben. Und dieses Enum Rasse wird hier irgendwie benutzt. Aber das muss ja dann nicht exportiert werden. Sondern es kann einfach intern verwendet werden. Und niemand anders außer dem Hund braucht Zugriff auf das Enum Rasse. Und da ist es natürlich dann nicht sinnvoll, irgendwas zu exportieren. Sprich, woanders verwenden zu können. Also sagt TypeScript, ihr dürft selber entscheiden, was genau ihr exportieren wollt. Und das macht man mit dem sogenannten Export. Einfach hier Export Class Hund reinschreiben. Und hier dann Import Hund From. Und dann hier den Dateipfad reinschreiben. Und Achtung, hier der Name, wie das Ganze exportiert ist, ist auch der Name der Klasse. Ich muss aber, ja, ich mache das jetzt erstmal kurz fertig hier. Wir gehen jetzt hier einfach mal ins Terminal und sagen TypeScript. Und wir wollen Hund compilieren.TypeScript. Und wir wollen, das dauert kurz. Und wir wollen natürlich Main.TypeScript kompilieren. Das heißt, Main.TypeScript hat einfach nur die Aufrufgewalt sozusagen. Hat aber keine Klassen oder sonst irgendwas. Während Hund tatsächlich nur eine Klasse ist und sonst gar nichts. Und wenn ich das Ganze jetzt hier ausführe, naja, was muss ich wohl ausführen hier? Ich muss natürlich Main ausführen. Wenn ich Hund ausführe, passiert im Endeffekt überhaupt nichts. Das heißt, ich kann hier einfach Main.JavaScript ausführen. Und dann steht hier On My Way. Also OMW. Was daran liegt, dass wir hier Bellen benutzt haben. Und Bellen wiederum hat Laufen aufgerufen. Und das wiederum hat OMW ausgegeben. Also, ja, irgendwie ein bisschen total bescheuert. Aber warum auch nicht? Wir haben es eigentlich nicht geändert. Das ist nur das, was wir schon die ganze Zeit hatten. So, jetzt können wir natürlich hier noch mehr machen, als nur einfach Klassen zu exportieren. Wir können auch noch sehr, sehr viele andere Sachen machen, die ich euch aber nicht dieses Mal zeige, sondern dann nächstes Mal. Wir können hier auch Konstanten exportieren oder irgendwelche wichtigen Variablen. Also, zum Beispiel Exportkonstante Pi ist gleich, ähm, Quatsch, 3,14159, äh, weiter weiß ich nicht. Muss reichen. Und ja, das wird jetzt hier natürlich automatisch vom Typ her aufgeleitet oder angepasst. Und ja, das ist dann im Endeffekt eure Konstante, die ihr exportiert und auch exportieren könnt. Und dann können wir natürlich hier Import Hund schreiben. Wir können aber auch schreiben, Import, oder, Sekunde, ich, äh, dupliziere einfach das ganze Statement, denn es ist ja auch ein Hund drin. Wir können auch, wie habe ich es genannt, Pi, beides klein geschrieben, können wir auch importieren. Und dann kann ich hier natürlich auch Console, Console.log schreiben und dann einfach Pi ausgeben. So, und, ähm, wenn ich das jetzt natürlich mache, muss ich wieder beides kompilieren. Dann, klar, und ja, dann habe ich im Endeffekt die Möglichkeit, ups, das war zweimal dasselbe, sorry, habe ich im Endeffekt die Möglichkeit, auch mehrere Sachen zu exportieren in ein und demselben hier. Also, in, ja, im Endeffekt in einem Modul kann ich mehrere Dinge exportieren, aber ich kann auch einfach mehrere Dinge definieren und sie nicht exportieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach nur Conspi hinschreibe, dann wird das Ganze nicht mit exportiert und Main.TypeStrip bekommt einfach keinen Zugriff auf diese Datei. Und das ist natürlich schön, wenn man irgendwas strukturieren möchte. Da kann man natürlich dann auch sagen, okay, ich habe hier noch haufenweise interne Klassen, die einfach nur irgendwas machen. Und hier oben definiere ich mir eine Schnittstelle, wo ich dann sage, okay, das ist das, worauf alle Zugriff haben und die wiederum greift nur intern auf meine Dinge zu. Das heißt, ich brauche hier nur eine Klasse exportieren und die liefert mir zum Beispiel statische Methoden für allen Zugriff auf alles Weitere und alles Weitere wird auch nur intern aufgebaut und ich brauche überhaupt nichts sonst exportieren. Und so macht man das natürlich sehr, sehr einfach für andere Leute, die dann einfach das Modul benutzen wollen. Okay, das sind so die Grundlagen vom Exportieren. Ich werde euch aber noch ein bisschen mehr dazu zeigen, denn es gibt ja noch einige andere Sachen, die man vielleicht sich auch noch angucken sollte. Gut, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.